Es ist immer großartig, einen neuen Ort zu entdecken. Das ist in der Nähe des Berges, oder? Vielleicht finde ich ja dort einen schönen Kletterplatz. Danke, äh, wie war dein Name nochmal? Ich heiße Mike. Mike, toll! Okay, dann fange ich zum Packen an. Zu Packen an. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich von dieser Insel wegkomme. Naja, vielleicht mit mir und dem Boot. Ich habe Treibholz aufgehoben. Warte mal. Was ist denn hier? Oh, wow! Bananen! Und Kokosnüsse. Noch mehr Bananen. Ich bin jetzt ja mal gespannt, ob ich, ähm, habe ich mit dem Zeug, wie den Bananen und so, habe es mir dann gelingt, ähm, die 200 Geld zurückzuholen. Das hier alles Blumen. Kann ich die pflücken? Ich habe Bambus aufgehoben. Kann ich Bambus auch, kann ich Bambus auch selber platt machen? Ja! Ich habe natürlich keine Ahnung. Ich denke mal, der Bambus wächst einfach nach. Ich meine, wenn ich die Bananen und, ach, guck mal, was haben wir denn da? Eine gestreifte Muschelschale. Was war das? Das war eine Jakobsmuschel. Aha! Das ist ja interessant. Keine Sorge, Hurley. Noch möchte ich nicht zurück. Noch bin ich damit beschäftigt, hier möglichst alles, was ich kriegen kann, aufzuheben. Was genau ist denn hier los? Ein Zelt? Oh! Hallöchen! Du hast mich erschreckt. Ich muss schon sagen, ich habe um diese Uhrzeit nicht mit anderen Leuten gerechnet. Entschuldige mein Aussehen. Ich bin leider etwas staubig und verschwitzt. Oh, ich vergesse glatt meine Manieren. Mein Name ist Lennart. Glaube ich. Darf ich so frech sein und um deinen Namen fragen? Ich bin Mike. Ah, Mike. Wie erfreulich, dich kennenzulernen. Was machst du denn da? Ach das! Ich schätze, man kann dies eine Ausgrabung oder so. Dann, haha. Um ehrlich zu sein, ich bin hier unterwegs, um Artefakte zu finden. Jedoch habe ich leider nicht viel Glück dabei. Anscheinend ist diese Insel voll von diesen Teilen, aber alles, was ich finde, sind Steine und Sand. Ich wirke nicht wie ein sehr guter Archäologe, nicht wahr? Kann ich beruflich, behilflich sein? Oh! Äh, naja, an Hilfe habe ich nicht so wirklich gedacht. Aber wie gesagt, ich habe nicht erwartet, während meiner Exkurions Exkurions auf mehr Leute zu treffen. Hm, mal sehen. Nun ja, ich habe diesen Artefakten-Detektor, den ich ausprobieren wollte. Ich bin mir nicht sicher, wie er funktioniert, aber es sollte versteckte Artefakten hervorheben. Artefakte. Ich persönlich bevorzuge die altmodische Methode, Gespür und Karten. Es sollte nicht schaden, wenn ich dich es ausprobieren lasse. Juhu! Bitte sehr. Versichere dich, dass du eine Schaufel mit dir trägst. Man weiß ja nie, was du alles so findest. Vielleicht enthüllt sich dir ja etwas Spannenderes als Steine. Ah, ich drücke die Daumen. Ach ja, falls du wirklich etwas findest, wärst du so nett und würdest es zu mir bringen. Ich versuche länger schon meine Sammlung hier zu vervollständigen. Ein einziger Blick auf meine Regale reicht, um zu zeigen, wie erfolgreich ich dabei bin. Ich habe mir geschworen, dass ich nicht aufgeben werde, bis ich zumindest ein paar Dinge auf diesen Regalen ausstellen kann. Du würdest mir wirklich helfen, wenn du etwas spenden könntest. Natürlich geht das nur, falls du überhaupt etwas findest. Heißt das gilt oder geht? Verlass dich auf mich. Großartig. Also, viel Glück. Ich hoffe, dass du wirklich etwas findest. Ja, also deine Regale sind sehr leer und da steht eine Schatztruhe, an die ich nicht rankomme. Okay. wie viel Platz habe ich denn überhaupt in meiner Tasche noch? Zwei Plätze noch. Ich könnte also durchaus nach ein oder zwei Artefakten suchen. Ich frage mich, was passiert, wenn die Zeit zu Ende geht. Kollabiere ich dann? So, also ich vermute mal, Bambus wird nachwachsen. Ich möchte mal gerne ziemlich am Anfang also wenn ich vom Steh komme, laufe ich ja hier auf eine Palme zu. Die fälle ich mal, um zu gucken, ob die wiederkommt. So, das ist aber normales Holz, also da muss ich nicht unbedingt hier, da ist auch noch ein Angelteich. Okay, pass auf, wo ist denn da? Ägyptischer Elfenbeinhakam. eine Piratenpistole. Das habe ich leider versaut. Scheiße. Jetzt ist das verschwunden, weil ich es nicht sofort gefunden habe. ein ägyptisch ägyptischer Amphora Platz schaffen. Pass auf, ich werfe mal den Stoff kurz. Jetzt habe ich die Angel rausgeworfen. Ist das die Angel? Da muss ich aber schnell zurückkommen. Hallo? 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 Schön dich zu sehen, Mike. Spende. Was ist das? Das hier ist zwischen Sand. Du hast hier zwischen dem Sand und Treibholz etwas gefunden. Lass uns einen Blick darauf werfen. Also. Ach, das ist einfach fantastisch. Danke dir vielmals, Mike. Ich werde es sofort meiner Sammlung hinzufügen. Ach, das ist einfach fantastisch. Danke dir vielmals, Mike. Ich werde es sofort meiner Sammlung hinzufügen. Tschüss.